Jo Leute, wir machen jetzt noch eine SPC, die Food Freeze Challenge vom 12. Die 13 muss ich heute machen. Deshalb, let's go. Heute ist besser, gibt ein seltenes Goldpack. Morgen glaube ich ein seltenes Goldset, klein. Ihr seht, ich habe noch nur 78 Chemie, eben hatte ich 79. Also ich mache jetzt ZM zu ZDM, habe ich nämlich. Und dann funktioniert es bei mir. Ich brauche es zweimal. Das ist doch verarscht, ist das doch. Den habe ich auch noch, okay. Okay, das kostet eh nur 200. Und dann brauchen wir Spieler aus der selben Liga, maximal 5 Spieler aus einem Verein. Maximal, ne mindestens 3. Einer muss selten sein, 3 müssen Gold sein. Muss alle mindestens Silber sein und 80 Team Chemie haben. Im Tor habe ich mir jetzt geholt, Ryan, Erstbesitzer. Daraus habe ich dann gemacht, so ein bisschen. Riccardo Escaio auf der Außen. Tomori, Erstbesitzer wegen dem Engländer Link. Weltmann musste ich nehmen, weil ich einen holländischen Innenverteidiger brauchte. Weltmann ist der Ansicht billige. Der AK kostet zum Beispiel 5.000. Gerade Sinkraven habe ich mir dann geholt, um eben die Ligen nicht zu sehr zu strapazieren. Auch Erstbesitzer. Gaetan hat geklappt. Pröpe habe ich mir geholt. Bis es war, habe ich mir geholt. Salvio vorne. Trossard habe ich dann auf die linke Seite gemacht, damit ich von Brittenhoof drei Spieler habe. Den hatte ich mir auch Erstbesitzer. Und Carlos Tevez vorne im Sturm. Weil wir haben ja hier Brittenhoof. Zum Glück auch Engländer. Zum Glück auch Holländer. Bei ihm genau dasselbe. Und er als Belgier passt schon. Und das gibt ein seltenes Goldpack. Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Im Moment habe ich drei, vier Tokens schon freigeschaltet. Deswegen, ich bin zufrieden. Aber ich will heute natürlich noch ein paar Tokens erreichen. Will jetzt aber erstmal mal eine Aufnahme machen bei Final Fantasy XII. Deshalb, let's go in den Shop. Ich habe zwei Päckchen. Ein Zweispielerset und ein. War das geile. Jetzt, wer kommt in den Verein. Nochmal zum Glück holen. Nummer eins raus. Nur noch zwei Spieler sind als erstes. Mal irgendwie ein Eventspiel oder so. Da ein bisschen was wert ist. Wäre schön. Hier ist es jetzt gar nichts. Es müsste Alkafer sein. Ne, es ist Morata. Es ist nicht mal Alkafer. Und der bringt mir gar nichts, weil er doppelt ist. Und jetzt das seltene Goldpack. Und da ist nichts drin. Und ein paar Tschechos drin. Und dann... Ne. 81 bis 83 Wahl. Yeah. Das wird bestimmt voll geil. Dann Bellarabi. Mit dem anderen kann ich nichts anfangen. So ein Sohn. Ne. Das braucht heute nichts. Davon werde ich keine Coins machen können. Hätte ich eh nicht bei Untrade, aber... Nicht mal für SPCs wirklich benutzen. Vielleicht gleich bei uns seltenen kleinen Goldset. Vielleicht trotzdem. Bis zum nächsten Mal.